vergibt sich zwischendurch auch mal zusammen mit ihren büchern die sie mitschleppt zu jedem turnier auf dem zimmer amorin gut gehalten da war klar schon in der andere ecke aprala landet bei brasilien vom bewegungsab prima erster halbzeit sehr gut das war auch gut aneinander das ziel war der spekuliert auf die lange ecke und kusen gespielt diesmal lang sogar noch jünger hat geburtstag am 20 12 in franziska mietzner wieder lang geworfen jetzt versuchen sie halt mit unfairen mitteln zu stoppen aber auch das klappt nicht da war die abwehrspielerin ganz weit im kreis nach vorne gestürmt